Ein Spieler kommt und dann bei dir warm macht. So, wir töten jetzt mit unserer Brechstange ein paar Spielern. Wie das geht, zeigen wir euch in der nächsten Folge Pimmelwarze. 1, 2, 1, wuuuh. Stay tuned, halt die Ohren steif. Und so weiter. Stay tuned. Bleibt frisch. Bleibt frisch. Liken. Liken, abonnieren. Kastrieren. Vamorisieren. Aktualisieren. Und defibrillieren. Das ist so da, wenn die Leute das rumschreien durch. Ist das ein Spieler da vorne? Oder ist das ein Händler? Das bin ich. Ja, ich sehe deinen Namen nicht. Ich sehe deinen auch nicht. Vielleicht sieht man den hier in dieser Zone nicht. Da ist ein Paket noch an. Hol mal das Paket. Das muss bestimmt hier abgegeben werden. Dann haben wir voll schnell Geld verdient. Das wäre voll irgendwie süß. Ey, da vorne ist ein Spieler. Guck mal. Der spricht gerade den Händler an. Guck mal schnell. Was ist das? Mach den Tod. Schnell, stich ihn ab. Ah, wir können mit ihm handeln. Mit dem Typ da. Nee, halt. Wie? Das war ein Spieler. Nee. Aber er will 344 Dollar und wirst du nicht viel experience, damit wir mit ihm handeln können. Was muss man mit dem machen? Guck mal, der hat oben drüber oder ist das sein Name gewesen? Ach, das ist sein Name da oben, oder was? Sollen wir ihn abstechen? Geht nicht. Wir können nicht schlagen hier. Ach so. Vorne. Ach so. Und deswegen sagst du, hier sind voll viele Spiele. Wir können sterben. Binde Jan. Wenn man drauf zuläuft, stirbt man lang. So. Weil Leute nämlich extra Trovade wisch. Die Trovatos. Genau. Binde Wärl. Hier. Hier ist Inventory. Äh, das Ding Inventory eben. Also ich sag dir mal, was ich habe. Was, was ich uns, ne? Jeder von uns könnte eine, eine Uzi haben. Dann habe ich noch, ich glaube, das gleiche Gewäte, das du vorhin auch hattest. TFC Special, dieses große. Ne, das ist eine Schrottflinte. Auch eine Schrottflinte. Und dann habe ich noch so ein fettes Snipe. Aber für die habe ich am wenigsten Muni. Ich glaube, einen einzigen. Ne, das ist Seife. Ich habe Seife. Du hast Seife dabei. Wir können unsere, wir können unsere Unterleib endlich waschen. Ja. Mein Unterleib was? Also ich habe folgendes dabei. Ich habe vier Crunch Bains, vier Chipspackungen dabei. Ich habe vierzehn Packungen, fünf Komma, fünf, sechs. Was ist das für komische? Für Riffle. Riffle. Fünf Komma, fünf, sechs Millimeter Riffle Ammo. Und dann nochmal elf Packungen. Neun Millimeter Pistol. Munition. Aber immer noch keine Waffe dazu. Komm, wir gehen hier wieder raus. Ich brauche Waffen. Ja, soll ich uns... I need a weapon, a weapon. Ich habe hier ganz viel gebracht. Du hast nicht genug Geld. Die gehören mir schon. Ich habe die gesammelt. Du hast nicht genug Geld. Also was willst du haben? Neun Millimeter Pistol oder ne Uzi mit neun Millimeter? Ne Pistol. Deine Pistol reicht mir schon. Hier warte, ich hole Uzi's, denn ich habe drei Uzi's. Uzi's. Okay. Vorsicht, komm mal kurz her. Wir müssen dann gucken, dass wir irgendwo traden. Am besten da oben, wo kein Spieler direkt hinkommt. Weißt du, weil ich droppe die ja dann. Weißt du, ich habe ein bisschen alleine angespielt. Achtung, jetzt droppe ich sie übrigens. Zack. Und dann habe ich mir einfach alle Sachen aufgehoben, bin immer in die Safe-Zones gerannt und habe sie dann für uns praktisch so hinterlegt. Oh yeah. Das ist deine Uzi? Äh, deine Muni meine ich. Ich habe elf Schuss. Warte, ich hole noch Muni. Ich habe auch noch in meinem Inventar ganz viele 9 Millimeter Muni gehabt. Komisch, ich habe auch 9 Millimeter, aber das ist das andere Munition. Ne, das ist die gleiche. Aber du hast nur die halt, oder? Ne, ich habe eigentlich 9 Millimeter Munition. Achso, 9 heißt 9 Schuss. Ich dachte, 19 Packungen. 9 Packungen. Ähm, ne, der ist nicht der einzelne Schuss. Press E to make stress. Guck mal, ich gebe dir noch eine 40er Packung. Oh, 40. Oh yeah. Das wird uns wieder ein bisschen verziehen. Wir gehen wieder hier hinten in die Ecke. Hier am besten. Warte mal hier. Pain, Pain Pills. Kann man auch einzeln kaufen? Ich will nicht, weil ich nur 75 Bandagen, sondern eine reicht. Bye. Ah, wir können uns auch dickere Waffen, äh, dickere Dinger kaufen, ne? Dickere, ähm, Schlagwaffen. Hier können wir uns Rucksäcke holen, Gasmasken. Was bringen diese ganz, diese 1000 Gasmasken eigentlich? Keine Ahnung, nur Aussehen, denke ich. Achso, ja. Okay. Hm. Guck mal, bei Schlagwaffen. Guck mal, Katana. Den hab ich schon mal gefunden, Katana. Ihm, auf einer Brücke. Da war mitten auf einer Brücke, die über den Fluss geführt hat, war da wie so ein, wie so ein Stand, wo verschiedene Messerschwerter und da war auch Katana-Messer, hat am meisten Schaden gemacht. Ja. 415, ich will jetzt wieder ab. Ja gut, okay. Pistol. Hier haben wir keine Ansicht. Munition. Axt. Also Waffen kann man, glaube ich, generell nicht kaufen, nur Munition. Schade, dass die Bandage, ich hätte jetzt gerne Bandagen geholt, weißt du, um uns ein bisschen zu heilen. Kann man keine kaufen? Ja doch, kostet 75 Dollar. Pillen, noch mehr. Das Bag 300, was kostet das kleine hier? Ach, das günstigste sind Bandagen, brauchen wir 75 Dollar. Kann ich irgendwas verkaufen? Wenn ich die... Das Messer kannst du verkaufen. Wenn ich's... Okay, wo ist der Händler? Du schließt schon, also du bist schon hier, du kannst direkt hier verkaufen. Wenn du einfach in diesem... Einfach rechtsklick auf die Sache und dann auf Sell. Ja, aber ey, das ist ja... Diese Bandage gibt dir nur 100 Leben wieder, ne? Nur 100. Und die kostet 75. Ja, die ist teuer. Ich hab jetzt, ich hab jetzt durch die paar Abgaben von diesen Sachen, hab ich 455 Cash gemacht. Ich kann nicht auf Buy gehen, wenn ich damit... Ich drück I in Inventar, dann geh ich auf mein Backpack, aufs Messer, rechte Maustaste, Equip und Drop. Das war's. Kein Scheiß, oder? Dann geh ich mal auf die Munition. Warte, 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 du stehst doch falsch. Du musst hier, du musst hier hinkommen, da steht, das O über dir Market Global Ding steht. Was ist... Ah, ein Spieler. Hier. Void. Jetzt geht's, oder? Wenn du auf I drückst. Moment, ich versuch's. Ja. Okay, Sell. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Zeig dir mir nicht an, aber ich verkauf's mal. Unten siehst du dann deinem Cash. Drei... Ach, drei Dollar, super. Gucken, was die Munition bringt, wenn ich die verkauf. Ja, warte, die hab ich hier noch gekriegt für die... Waffe. Ne, 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 das ist was anderes, glaub ich. Aber warte, dann gib's mir, dann kann ich sie hier in unser Lager rein... Oder lager sie lieber ein. Wenn wir mal eine Waffe dafür gefunden haben... Was ist denn das für ne Munition? Wie heißt denn die? Okay, ich dropp's dann doch mal. 5,56 Riffle Ammo. Das ist sogar die, das... Ey, das ist die für die... Ich weiß nicht, ob das die für die Snipe ist, warte mal. Rifle Ammo, das ist für die Uzi, für so ne dicke Uzi. Geil. Guck mal, ich schmeiß dir jetzt noch Munition für deine Uzi hin. Ich hab mir überlegt, weil ich eh schon so lowlife bin. Aber komm mal, lass am besten hier hinten hingehen. Weil ich schon so lowlife bin. Ich muss erst die Munition holen, weil ich sie nicht dabei hab. Dann... Und ich sterb eh wahrscheinlich recht schnell jetzt. Und dann hast du Munition für deine Uzi und ich kaufe mir dann einfach nur irgendeine... Eine Katana oder so. Und dann bin ich der... Spasti und du der coole Spasti. Achtung! Ich droppe es nicht... Können wir dich nicht irgendwie aufpäppeln hier? Wir haben nicht genug Kohle, ne? Nehm ich an. Ja, ich hab's gedroppt. Siehst du es? Nein. Scheiße, ich seh's auch nicht. Guck, wo ist es hin? Ich hab 40... 40, äh... 9mm Dinger gedroppt. Neeein. Vielleicht müssen wir es einfach hier hinschmeißen. Wenn ich zuerst hingehe und er eh drückt, dann läuft sein Ladebalken eh langsamer, weißt du? Scheiße, das ist es fort. Hier kann sich's weg-graphiken. Schnell. Fuck, okay. Ich guck mal, ob ich noch ein bisschen was hab. Jetzt hab ich 40 Dinger weggeschossen. Shit, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist halt immer die Scheiße an so verbackten Kackspielen. Jetzt hab ich hier nur nochmal 19. Ja. Ne, egal, dann behalte sie, behalte sie. Ich, äh... Ich mach's dir zu. Ich brauch... Also, pass auf, pass auf, pass auf. Wir, wir schieß... Wir schießen ja eh nur im Zweif... Im Ausnahmefall, sag ich mal, mit... Mit Uzi. Normalerweise nehmen wir ja unser Nahkampfschwert für alle möglichen... Ich... Ich seh sogar, ich hab eine... Ich hab ein Katana noch in meinem... In meinem Global-Ding. Also, ich verkaufe jetzt dieses Ding hier. Ja. Brechstange hat's, glaub ich, 19 gebracht. So. Okay, du hast jetzt Munition, ne? Genau. Gut, gut, gut. Kannst du mir noch ein Essen zuschmeißen? Irgendwas zu essen, weil ich bin am Verhungern. Ess du dann am Essen auch mal was. Okay, Moment. Ich muss gucken, wie ich die vier aufteilen kann. Oder du isst erstmal zwei Stücken, gibst mir dann die anderen zwei. Je nachdem. Also, wahrscheinlich brauchst du auch was zu essen. Konsum. Okay. Drab. Thanks. Drab, 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 Drab. Ach so, Devoid wollte die Typstockung aufheben. Ich bin Devoid. Ich bin der richtige Penner. Wo ist die Chat-Leiste? Wo kann man hier was chatten? Wenn man einfach auf Enter drückt. Ich drück jetzt, schreibe jetzt... Hi, Void. What the fuck? Du musst mir vorlesen, wenn er jetzt was sagt. Jetzt gibt es genau meine Facecam im Weg. Er sagt nichts. Dann schreibe ich jetzt nochmal. Hey, Void. Hey, Void. Void. Komm schon. Rede mit uns. Irgendjemand schreibt, der wäre AFK. Rede mit uns. Ich glaube, jetzt habe ich ihn aggressiv gemacht. Sobald wir die Zone hier verlassen... Schickt er uns. Guck mal, hier ist das Kommazeichen. Ich suche gerade noch nach den Paketen, die wir abgeben können. Dann können wir nämlich wieder Geld generieren und uns dann geilere Sachen kaufen. Hier müsst ihr überall versteckt sein. Also in der Safe Zone. Diese leuchtenden Paketchen. Suche. Hm. Can't find any pickets.